gegen Bayer 04 Leverkusen. Das Spiel endet im ausverkauften Stadion einer alten Pfasserei vor 22.012 Zuschauern 0 zu 1. Bei uns in der Pressekonferenz die Trainer der beiden Mannschaften von unseren Gästen aus Leverkusen, Xabi Alonso und vom 1. FC Union Berlin, Nenad Bielica. Xabi Alonso, der Gästetrainer, darf beginnen. Gratulation zum Sieg. Wie haben Sie das Spiel gesehen? Ja, danke schön. Ja, sehr froh, sehr stolz auf die Mannschaft wieder hier zu kommen und die erste Halbzeit, wir haben sehr gut gespielt. Natürlich, die in der letzten Minute alle haben gewechselt, aber heute war ein Spiegel von unserer Saison. Wir haben immer jedes Spiel sehr gut vorbereitet, mit einer super Mentalität und alle Spieler waren fertig, seine Bats zu tun und heute, ich bin sehr stolz. Ja, natürlich, die Situation ist super, aber wir wollen nicht feiern und reden nicht zu früh. Wir warten ein bisschen, wir können vielleicht nächsten Sonntag etwas feiern, aber wir müssen Geduld haben für diesen Moment. Von Sonntag gibt es ein Europa-League-Spiel, nichts ist vorbei und wir warten ein bisschen. Dankeschön, Xabi Alonso.